Hallo zusammen und willkommen zurück zu Ravey Empire und Newcastle. Wir schließen das an. Es gibt so quasi quasi nahtlos weiter wie gestern. Wir waren das und mir fällt gerade ein. Ich habe letztes mal keine Versorgungstürme gebaut. Ich dachte ich habe ja hier die Wartungsstation, aber das reicht natürlich nicht. Die ist eigentlich ganz okay. Dann haben wir sogar zwei Vertrag. Ich glaube das ist in Ordnung. Und noch was? Nö. Was bauen die in Newcastle? Die haben noch nichts. Okay, okay. Rauerei. So, die gehört jetzt mir. Und natürlich brauchen wir Getreide. Wir brauchen ein kleines Warendepot. Warenlager. Ach, wir können das noch nicht liefern. Ah, no. Ah. Aber das hier ist schon drin. Die haben Getreide, Kühe, Fisch. Kühe will ich nicht. Ich will. Wieso haben die Getreide drin? Bier, Fleisch. So, dann. Nee, da nicht. Mist, warum geht es nicht? Weil da eine Brücke drin ist. Gut, hier wird wohl nicht so viel Verkehr sein. Wenn nicht, baue ich das später. Haha, noch mal um. Sowieso billiger so zu machen. Kann ich mir nicht leisten. Mal sehen. Warenlager. Kastler. Ähm, die nehmen Fleischbier. Ich will eigentlich Getreide, ja. Nee, ich will Fische. So. Wir machen dann aber noch sowas. Halt. Linie. Mal bitten. Nur Passagiere. So. Und hier diesen Fischzug. Die wollen schon nicht mehr. Okay. Haben wir der, der nach Sydney fährt. Davon brauchen wir einfach mehr. Wir wollen keinen Fisch mehr haben. Das ist zu viel. Das geht erst, wenn die versorgt sind, wenn die mehr Einwohner haben. Hatten wir, Adelaide, nein danke. Ein Zug zwischen Walongong und Sydney fährt. Nee, den haben wir auch nicht. Ich mach mal so und die dürfen alles mitnehmen. Nimmt aber auch nur Post und passiere mit dem Auto. Okay. Ups, falscher Lock. Okay, jetzt sind wir hier. Moment. Sollen die nicht auch Fleisch bekommen? Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der Fleisch mit hierhin transportiert. Aber, pff. Von mir aus. So, Getreide. So, Getreide. Das ist natürlich echt total doof. Das ist, wenn man hier, wir kommen auch nicht. Nicht nur, wenn man einen großen Bahnhof nimmt. Ne, ne, ne. Keine Chance. Kommt da nicht ran. Aber, Newcastle könnte man mit Fischen versorgen, sehe ich gerade. Wir brauchen aber Bahnhof hier. Und dann dürfen wir schon. Ne, wir müssen den erst anschließen. Okay. Auch wenn die doch nicht fertig gebaut sind. Aber dann machen wir das so. So machen wir es nicht. So machen wir es so. Dann hätten wir das. Dann machen wir, wo ist das? Adelaide liegt natürlich schön auf dem Berg. Wie kommen wir denn da? Kommen wir denn da hin? Ach egal. Einfach runter. Amidee meine ich, nicht Adelaide. Adelaide ist wahrscheinlich auch woanders. Wurde mir vorhin angeboten. Deswegen hatte ich es noch im Kopf. Ich sag mal so. 600.000. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Und zwar. Ja. Die Strecke hier schon ganz gut. Das ist 12%. Neun, wenn wir es hier hin machen. 200.000. Ich meine wir müssen so oder so einen Berg hoch. 200.000 finde ich noch. In Ordnung. Das lassen wir mal ganz kurz. Ein bisschen laufen. Wir gucken. Was wir hier. Ein bisschen Passagiere posten so. Songston kommt später. Oder kann man es das schon leisten? Eigentlich will ich. Ne. Das ist in Ordnung. Kann man es machen. Wir brauchen was, wo wir mehr für Passagiere bekommen. Mal durchgeblättert. Vertragen sie sich alle ja. Kohle kommt schnell genug rein, finde ich. Das nächste Projekt ist denn das. 200.000. Adelaide braucht wie immer Bier, Getreide, Fisch und Holz. Was? Wo sollen die denn Holz... Oh. Ja, verdammt. Dann müssen wir das doch anschließen. Ne, das ist Unsinn. Den Fisch so weit herzuholen, das ist Quatsch. Haha. Anschlussprämie. Na hallo. Moment. Wie viel Zeit haben wir? Ist ja nur. Passt. Ist mal 104.000. Da haben wir sie. So. Ich wollte das dann doch schon mal hier. Zweigleisiger an die Strecke. Oh no, jetzt. Sind die wieder versetzt, die Signale. So. Wie viel werden wir brauchen? 50.000 ungefähr. Wie muss das sein? 58. 48. Okay, okay. Aber es ist schon richtig, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat. Weil ganz so schnell kriegt man es nicht hin. Und ich glaube nicht, dass man schon, ich habe ja geguckt, dass man andere Sachen hier kaufen kann, um das freizuschalten, um irgendwo anders an Holz ranzukommen. Also man muss eben tatsächlich diese langen Wege gehen. No, es geht nicht. Warum nicht? No, es geht nicht. Wo ist denn jetzt dein Problem? Mit einem bestehenden Gleis zu nahe. War das hier, wo ich es so gestückelt habe? Nee. So. Das können wir schon mal machen. Okay, dann machen wir als nächstes den wahren Newcast. Das ist hier, ne das ist hier, aufrüsten, Holz mit annehmen, Kleinbahnhof, hier hin. Uff, 16%. Hier lang, 10%, 9%, das geht die ganze Zeit back up. Naja. So, wir können nochmal alle Bahnhöfe durchgucken. Die anderen finde ich vielleicht hier. Hä, nee, hier war richtig Darmchen. Du musst nicht tun, das war der Neue. Ein Werber. Hm. Ah, die kommt immer zum falschen Zeitpunkt. Wie ist denn die Versorgung in Sydney? Die ist nicht so dolle. Aber... Kannst du auch nicht viel besser. 100.000, ey. Geht nicht. Brauche ich hierfür. Ähm. Können wir eine andere freischalten? Ne, ne. Die hier, was ist das? Das ist ein Express. Geh kaputt wäre die nächste richtig gute. Naja, okay. Achso, ich habe nicht gewählt. Die sollen die nehmen. Oh, ja. Können wir gleich. Achso, oh Mann. Sydney ist wieder die verbrochenes ganze Holzfeder, ne? Das können wir ja nicht liefern, die großen in der Betrieb. Ja. Na. Tausend. Können wir auch nicht leisten. Was ist das denn? Wieso fährt der leer? Das verstehe ich nicht. Mal gucken, ob das immer so ist. Wenn der jetzt fährt, ist das dann der nächste. Nee, er wird beladen. So, mal gucken, wie viel von dem Holz hier bleibt. Drei Stück immerhin. Da kommt der nächste. Den können wir klonen, weil der Lager schon wieder voll ist. Hm, der wartet jetzt halt, der ist nicht beladen worden. Oh, ne, die hatten das Holz schon wieder verbraten. Ist nicht der fährt wieder leer. Das kann ja nicht sein. Wer, wer, wer? Wer klaut denn hier das Holz immer? Ach. Ist das laut? Boah, hab ich jetzt den gelöscht? Ja. Ah. Ah. Also. Okay, was brauchen die noch? Getreide. Und was haben wir da oben? Ja, doch, man ist so. cool. Oh, na, zwei. Okay, so... So, mal gucken. Oh, doch, hier ist schon eine ganze Menge. Jetzt gehen wir mal direkt hier. Mehrfach, weil brauchen wir auf jeden Fall, um hier das Bier herzustellen. Und dann brauchen wir ein Warendepot. Hier. Das kriegen wir auch wieder nicht. Wenn man das hier noch bauen könnte, das wäre super. Moment, was wollte ich machen? Aber Moment, ne halt, er muss... Was? Man kommt von hier. Das zweite Gleis. Was? Da hinfährt... Das... Position ist blöd. Tausend haben wir noch. Ja, was macht man nicht alles für den Warenverkehr? Also sowas. Und dann so. Oh, das kommt eben... Nein! Das kommt dem Betrieb zu nah. Ah, scheiße. Ah, scheiße. So. Hm. Hier ein Versorgungsturm. Brauchen wir den? Ja, ne? Ich würde hier einbauen. Sobald wir können. Bier... Nee, aufrüsten geht noch nicht. So, was... Jetzt muss ich nochmal gucken. Die Zeit! Oh mein! Mir rennt die Zeit davon. Wir gucken, was die hier brauchen. Wir haben Getreide... Bringen wir? Bier? Bringen wir? Fisch ist schon da. Holz ist auf dem Weg. Ja, also nächste Folge ist es erledigt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.